hallo liebe Kampfsfreunde wie geht es euch hier ist wieder euer Marek heute würde ich euch gerne was zeigen bzw wieder auf ein video reagieren ja das sind so typische zwei wenn man das nennen kann Alpha Männchen treffen aufeinander die ziemlich großes Ego Problem haben ich würde auch lieber würde ich sagen nicht zwei Alpha Männchen eher dumm trifft an einen noch dümmeren dumm und dümmer so wie in diesem Film ja nur die waren harmlos diese zwei sind einfach nur bescheuert schaut euch einmal zuerst an in Ruhe was ich damit meine ja und dann würde ich gerne auch was dazu sagen so ok das heißt habt ihr gesehen zwei Typen gleich am Anfang wenn man sich das so anschaut sieht man einen größeren den mindestens 20 Kilo 15 20 Kilo schwerer Typ und diese mit dem leichen weißen T-Shirt der geht einfach an den Typen vorbei er will da im Regal irgendwas schauen und dann schiebt er ihn halt mit der Hand auf die Seite bzw. er soll schneller gehen weiss das ist also so macho ich habe so gehe jetzt weiter ohne dass sie überhaupt was gesagt hat gleich da hat diese mit dem roten Pulli einfach total dumm überheblich und arrogant reagiert warum wenn ich zum Beispiel irgendwo in einem Geschäft bin und da steht gerade jemand schaut sich irgendwas und ich will auch dahin dann sage ich schuldig und darf ich kurz da vorbei diese Art wie du was sagst und wie du mit jemandem sprichst so genau kommt es auch dann zurück wie du in den Wald schreit so kommt das zurück wenn du aber da rein bist oder wirst du was schauen und dann schiebst du jemanden so auf die Seite ich glaube da würde ich mich auch umdrehen nicht höchstwahrscheinlich nicht gleich hinschlagen aber würde ich ihn fragen was das soll ob er mich eventuell fragen kann oder mir sagen kann ich schuldig und ich will da auf die Seite und nicht nur einfach hat mich der Hand legen und mich auf die Seite schieben ja jetzt wenn wir uns das weiter anschauen ja das heißt den mit dem weißen Töscher ich glaube das ist irgendwo in Indien so schauen sie aus hat das nicht gefallen und hat genau dasselbe bei ihm gemacht was passiert dann das sehen wir jetzt noch bevor es zu dem Schlag bzw. zu dem Headpad kommt der steht einfach da will er ihn so quasi zur Rede stellen oder wie auch immer und dann hat er die Hände da oben wenn du schon sowas machst und du siehst da ist eventuell irgendein aggressiver Typ vor dir dann musst du immer die Hände oben haben ja oder hältst ihn auf Distanz egal mit links rechts oder hier so gekreuzt so quasi hier dass du ihn da gut kontrollieren kannst ja in diesem Winkel diese Hand ist hinter den Nacken oder einfach vorher noch auf die Kontrolle und das machen viele auf der Straße diesen Fehler dass sie sich auf das einlassen und reden sie so quasi da ist ein paar Zentimeter vor deinem Gesicht jetzt wahrscheinlich hatten noch nie einen Schlag oder Headpad bekommen oder ist in dieser Distanz attackiert worden weil gerade in dieser Distanz passieren die meisten Auseinandersetzungen auf der Straße dann wird dir oft gezeigt wenn einer links kommt rechts kommt unter irgendwelchen Schlägen aber gerade da schau dir die ganzen Videos gerade da passieren die meisten Auseinandersetzungen egal ob jetzt in einem Geschäft oder in einer Diskothek in einem Bar oder wie auch immer immer ist dass da einer ist und da musst du halt auf die Distanz gehen oder musst du wenigstens die Hände oben haben weil dann kannst du ihn kannst du dich schützen damit dieser Headpad nicht kommt ja und was passiert dann dann eh klar ja Headpad boom ich glaube er hat ihn da irgendwo erwischt und ja jetzt fühlt er sich sicher wie so ein Gorillamännchen der dann durch den Dschungel geht und sagt, ich habe es geschafft, einen 20 Kilo Schwächeren runterzukriegen oder ihn Kau zu schlagen. Diese Freundin kommt dann auch irgendwie und zieht ihn dann aus dem Geschäft raus. Beides müsste nicht sein. Zuerst einmal der mit dem roten T-Shirt, der hätte ihn nicht auf die Seite schieben sollen, ohne irgendwas zu sagen. Ja, dein Mund ist die stärkste Waffe oder sollte wenigstens so sein und nicht die Fäuste. Und an diese andere hätte sich wenigstens dann denken sollen, ja, wenn das schon so ein Duftpaket ist oder wie auch immer, werde ich jetzt nicht hier riskieren, irgendeine Auseinandersetzung. Wenn er das unbedingt braucht und muss sein Ego aufpolieren, dann lasse ich ihn halt. Es gibt immer gewisse Grenzen, ja, selbstverständlich, wenn man dann diese Grenze überschreitet, dann muss man auch dementsprechend reagieren. Ich will mir auch nichts gefallen lassen von niemandem, warum sollte ich auch? Ja, aber ich bin immer der Meinung, dass man dein Mundwerk sollte als erstes zum Einsatz kommen und erst dann die Fäuste, wenn es nicht anders geht. Da hat man einfach zwei Idioten gesehen, dumm und dümmer, ja, beide Alpha-Männchen, zumindest haben sie sich so gesehen. Ich sehe da keine Alpha-Männchen, ja, irgendwelche so Hosenscheißer, ja, die sich da wichtig machen will. Der sieht da, ich bin eh 20 Kilo schwerer, jetzt zeige ich denen. Ob das genau dasselbe machen würde bei einem, der im Kopf größer ist und 20 Kilo schwerer als der, ja, glaube ich eher nicht. Passiert aber auch oft, dass man einen unterschätzt, einen der viel kleiner ist und viel dünner und schmächtiger, aber weiß ja nicht, was der Typ, was da wichtig dahinter steht. Und oft passiert der Gegenteil, dass der Große wird dann auseinandergenommen und nicht der Kleine. Aber leider, da siehst du, dass du einfach aufpassen musst, heutzutage überall, und das nicht nur in Indien, hier in Europa hast du immer irgendwelche, die so Ego getrieben. Und das sehe ich auch oft hier im Nisch, wenn die so gehen, diese Bodybuilder, weißt du, so geht er, weißt du, und glaubt, er ist unzerstärbar, ja. Aber, ja, ich lasse ihn doch einfach, so schaue ich da nicht mal an, weil mich das dann nur aufrebt, was sie von sich halten haben. Draußen ein Auto um 60.000, 70.000 und dann geht er auf die Tankstelle und tankte um 1.000 DIN, da sind nicht einmal 10 Euro, weil mehr kann er sich nicht leisten. Aber er will Auto zeigen, wieder zeigen, und ich kenne, glaubt mir, ich kenne so viele hier, die nur nach außen scheiden, die sind irgendetwas und sagen, was die alles gemacht haben, was für Fighter die sind, wie viel Geld die haben. Diese Schale von außen, aber diese Schale, das ist eine ganz weiche Schale und drinnen ist nichts, drinnen ist leer, steckt nicht wirklich was dahinter. Aber, ja, sollen es lassen, ich wollte euch unbedingt zeigen, was auch passieren kann, vor was, auf was ihr aufpassen sollt, vor allem, du kannst nicht ausweichen, du hast ein Regal oder eine Wand oder bist in einem Bad, kannst nicht ausweichen, dann musst du ihn dann auf die Distanz halten, dann kommt er mit dem Headpad nicht, sollte er dir greifen und du hast die Hände oben und dann möchte er den Headpad auspropon, dann kannst du mit Ellenbogen kommen, ja, oder mit Knie oder wie auch immer, ja, aber auf keinen Fall gehst du zu irgendeinem, der zu dir aggressiv kommt und du hast die Hände hier und dann wartest du, bis er dich auseinander nimmt, ja, da hat man gesehen, dass er selber noch nie in so einer Situation war, jetzt wahrscheinlich, dann hätte er es nicht gemacht, und dieser andere, dieser Alpha-Männchen, dieser Affe da, der wird auch irgendwann seinen, an seinen Meister treffen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, nicht vergessen, nur noch ein paar Tage gilt diese Aktion, minus 50%, ab jener sind ganz andere Preise und mich freut es wirklich, dass immer mehr Kampfsportler mir schreiben, das heißt, das ist nicht wie Anfänger gemacht, jeder Kurs hat mehrere Stunden Wissen und vor allem auch Kampfsportler wollen was Neues erlernen, vor allem Messerkurs und so weiter, weil die sehen, dass ich immer mit dem ganzen Körper richtig explosiv alle Sachen zeige und dann wollen sie auch was Neues erlernen. So, viel Spaß, bleibt gesund, passt auf euch auch, ciao, ciao.